Glück und Erfolg sind Erreichungsprämie und nichts, das man sofort bekommt oder mit einer Aktion und einer Tat schafft. Wenn du bis ganz nach oben kommen willst, dann musst du wirklich ganz unten durch die Katakomben durch. Genauso wie ich jetzt hier bei der Jahrhunderthalle. Heute darf ich auf der großen Bühne stehen, da habe ich viele Jahre, 25 Jahre für gearbeitet. Das sieht niemand, darum glaubt jeder, man kann ganz schnell dahin kommen. Nein, nein, da muss man sich ganz schön durcharbeiten. Und hier unten ist kein Glitzer, hier unten ist kein Glamour, hier unten ist gewaltig harte Arbeit und wenn du dich da durchbeißt, dann kommst du bis ganz nach oben. Viel Erfolg!